Neues Mannschaftsfoto. Hansa Rostock hat im Überseehafen das offizielle Mannschaftsfoto für die neue Saison aufgenommen. Mit dabei acht neue Spieler, die der Verein in der Sommerpause verpflichtet hat. Noch ist die Kaderplanung nicht abgeschlossen. Bis Anfang Oktober dürfen weitere Spieler unter Vertrag genommen oder abgegeben werden. Die neue Saison in der 3. Liga beginnt am 18. September. Noch ist unklar, ob mit oder ohne Zuschauer. Bereit.